Wenn er diese zehn Dinge tut, ist er emotional unreif und du solltest dich von ihm fernhalten. 1. Es geht immer nur um ihn Er interessiert sich nur für sich selbst. Er sorgt immer dafür, dass seine Bedürfnisse gestillt werden, während ihm die Menschen um ihm herum eigentlich gleichgültig sind. Er liebt es, über sich selbst in hohen Tönen zu sprechen und meistens kommt das ziemlich arrogant rüber. Er versucht, seine Unsicherheit zu verbergen, indem er ständig betont, wie selbstsicher er ist. Sein Verhalten hat narzisstische Ansätze und es wird in Zukunft bestimmt nicht besser werden. Wenn du mit jemandem zusammen bist, bei dem diese Beschreibung zutrifft, dann lauf weg, so schnell du kannst. Sein Benehmen führt dir vor Augen, wie er dich in Zukunft behandeln wird. Er zählt zu einem dieser selbstbezogenen Männer, die dich nur ausnutzen. Vermutlich wird er Psychospielchen mit dir spielen und dir versuchen zu vermitteln, dass du dankbar sein solltest, mit so einem Macker wie ihm zusammen sein zu dürfen. 2. Er sagt das eine, aber macht etwas anderes Er wird dir den Himmel versprechen, er wird dir die schönsten Märchen erzählen, aber er wird sie niemals mit Leben erfüllen. Er wird bei leeren Versprechungen bleiben, denn wenn es darauf ankommt, etwas in die Tat umzusetzen oder etwas in die Beziehung zu investieren, wird er still dasitzen und nichts machen. Unterm Strich kann man ihm nicht trauen. Wenn er schon zu Beginn eurer Beziehung so ein Verhalten an den Tag legt, wird sich auch in Zukunft nichts großartig ändern. Ehe du dich versiehst, steckst du in einer einseitigen Beziehung fest und du bist die Einzige, die sich bemüht. Deshalb solltest du ihn an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten. Wenn er dich schon bei Kleinigkeiten belügt, wird er es im Handumdrehen auch bei den großen Themen machen. Das ist ein Warnsignal eines emotional unsicheren Mannes, mit dem du keine Zukunft haben wirst. 3. Seine Gefühle sind seine bestbehütetsten Geheimnisse Seine Gefühle auszudrücken, fällt Männern im Allgemeinen schwer. Aber mit der Zeit sollte es ihm gelingen, sich emotional auszudrücken, wenn nicht mit Worten, dann zumindest mit Taten. Die Sache bei emotional unreifen Männern ist die, dass sie sich einbilden, ihre Macht zu verlieren, wenn sie ihren Emotionen freien Lauf lassen. Sie möchten nicht aufhören, Frauen hinterherzujagen und noch vielmehr fürchten sie, verletzlich zu sein. Sie haben Angst davor, verletzt zu werden, wenn sie sich jemandem öffnen und anvertrauen und aus diesem Grund verbergen sie ihre Gefühle. In den meisten Fällen würde ein offenes Gespräch für Klarheit sorgen. Aber mit einem emotional unreifen Mann ist Kommunikation schwierig. Solange er kann, wird er geschickt dem Thema ausweichen. So unreif er auch sein mag, wenn er wirklich Gefühle hat, dann werden seine Handlungen für entsprechen, auch wenn ihm der Mut fehlt, seine Meinung zu sagen. Wenn er sich jedoch nicht einmal bemüht, sie zu zeigen, dann tut es mir für dich leid, denn dann hat er sie schlicht und ergreifend nicht. 4. Das Wort Bindung existiert nicht in seinem Wortschatz. Ungeachtet seines Alters fühlt er sich nicht dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen bzw. für etwas Langfristiges. Sobald die Beziehung etwas ernster wird, bekommt er kalte Füße. Er ist noch immer nicht so weit, sich in einer länger dauernden Beziehung zu sehen. Die Symptome dafür wirst du in seiner Unfähigkeit erkennen, Pläne für die Zukunft zu machen. Er wird es vermeiden, dich als seine Freundin zu bezeichnen, und du wirst auch nie den wichtigen Menschen in seinem Leben vorgestellt. Damit muss er selbst klarkommen. Vielleicht geht diese Phase emotionaler Unreife und Beziehungsangst vorüber, doch vielleicht bleibt es aber auch so, bis er 60 ist. Darum sei vorsichtig, es geht um deine Lebenszeit. Lass ihn nicht zu viel deiner Zeit verschwenden. Wenn du denkst, du hast ihm bereits genug Zeit und Verständnis entgegengebracht, solltest du möglicherweise nicht länger auf ihn warten und dich von ihm lösen. 5. Er rennt wegen allem zu seiner Mutter oder wohnt noch immer zu Hause Gibt es etwas, das förmlich mehr nach Unreife schreit, als ein Mann, der wegen allem zu seiner Mutter rennt? Es ist schön, wenn jemand ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat, aber es ist wirklich zu viel, wenn sie sich in alles einmischt und über jeden Aspekt seines Lebens entscheidet. Besonders, wenn es um das Leben geht, das er mit dir teilt. Er wird dich immer mit ihr vergleichen, egal ob das Verhältnis zu ihr positiv oder negativ ist. Er will, dass du mehr wie sie wirst oder das komplette Gegenteil. Ganz egal, in welche Richtung es geht, es wird dir mit der Zeit zu anstrengend werden, denn du wirst das Gefühl nicht los, dass eure Beziehung aus drei Personen besteht. 6. Er ist zu hilfsbedürftig Er verlässt sich immer nur auf dich. Egal, um was es geht, es liegt an dir, das Problem zu beseitigen. Er braucht dich, um sicherzugehen, dass alles klappen wird. Er braucht jemanden, der sein zerbrechliches Ego ständig stärkt, weil ihm das Vertrauen in sich und seine eigenen Fähigkeiten fehlt. Schon bald wird es dir so vorkommen, als wärst du seine Krisenmanagerin und nicht seine Freundin. Dir selbst wird es jedoch an Unterstützung mangeln, denn er wird sich nur um seinen eigenen Kram kümmern. Du wirst Tage und Nächte damit verbringen, dir seine sinnlosen Dramen anzuhören, aber wenn es darum geht, dir zuzuhören, ist er unerfindbar. 7. Er hat einen falschen Erlösekomplex Er gibt vor, dein Ritter in der glänzenden Rüstung zu sein, aber in Wirklichkeit empfindet er deine schlechten Tage als angenehm. Dein Unglück vermittelt ihm, dass er sich eigentlich gut schlägt, denn du bist in einer noch schlechteren Lage. Er gibt sich als männlicher, mächtiger und starker Beschützer, doch seine Absichten sind jedoch nicht rein. Sein Herz ist nicht am rechten Fleck. Es geht ihm nicht darum, dir zu helfen, sondern es geht ihm nur darum, sein eigenes Ego zu boosten und dir zu zeigen, dass er alles besser weiß und kann als du und dass du für seine Hilfe dankbar sein solltest. 8. Er ist viel zu eifersüchtig Er ist nicht nur unreif, er ist auch zutiefst unsicher. Deswegen ist er gegenüber jedem in deiner Nähe eifersüchtig. Er wird dir unentwegt auf der Schliche sein und jeden deiner Schritte mit Misstrauen verfolgen. Er könnte den Spieß auch umdrehen und sich mit anderen Frauen umgeben, um dich mit Absicht eifersüchtig zu machen. Wäre er tatsächlich reif und selbstbewusst, müsste er nicht derartige Schritte setzen, um die erhoffte Reaktion und Bestätigung zu bekommen, dass du Gefühle für ihn hast. Beziehungen mit extrem eifersüchtigen Menschen können einem beinahe die Luft zum Atmen nehmen. Du fühlst dich gefangen in der Beziehung und es macht dich wahnsinnig unglücklich. Eifersucht ist ein Kennzeichen eines emotional unreifen Mannes, er hat einfach kein Vertrauen in sich selbst, daher kann er auch dir nicht vertrauen. Zu versuchen, dich eifersüchtig zu machen, stinkt förmlich nach Unreife. Ein reifer und selbstbewusster Mann würde niemals zu solchen Mitteln greifen. 9. Er geht allen ernsten Themen aus dem Weg Unreifen Männern mangelt es meistens an Kommunikationsfähigkeit. Gespräche mit ihm sind meistens locker und lässig, solange bis ernstere Themen angesprochen werden. Er kann mit offenen und ehrlichen Gesprächen nicht umgehen. Wenn er dir nicht zuhören will, woher soll er wissen, was in dir vorgeht? In Wahrheit kann er es natürlich gar nicht wissen. Der Schlüssel für eine gute Beziehung ist eine ausgewogene Kommunikation. Das hält jegliche Art von Beziehung zusammen und verbessert sie, besonders in einer Liebesbeziehung. Doch leider ist er zu unreif, um das zu wissen. Deshalb wird eure Beziehung auf der Strecke bleiben und sich nie weiterentwickeln. 10. Er übernimmt nie die Verantwortung Er ist niemals der Schuldige und sein Weg ist immer der richtige. Ein Mann, der keine Verantwortung für sein Handeln übernimmt und nie anderen zuhört oder die Meinung anderer anerkennt, ist völlig unreif. Mit ihm wirst du keinen Schritt nach vorne machen. Er würde eher die Opferrolle spielen, als zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Alles wird immer deine Schuld sein und du bist der Sündenbock. Ein unreifer Mann wird sich nie einen Fehler eingestehen und du wirst wohl nie ein, es tut mir leid hören. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst, finde deine innere Stimme. Und im Kopf des Narzissten, schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank! Vielen Dank!